hallo herzlich willkommen zu einer weiterer Folge von Stubble Guys weiter geht's mit dem nächsten match wir haben wieder jungle roll ok tatsächlich die erste mission wo man 16 leute eliminiert wenn wir noch ein bisschen einfacher weil ziemlich viele da vorne laufen ziemlich viele am start ich dachte ich komme noch mal rüber sind viele leute dabei muss man dazu sagen im dem 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 aber naja gut mefutaku let's go mefutaku du schaffst das gibt dein bestes du kriegst das hin los rein mit ihr mefutaku kommt schon streng nicht mefutaku mefut das geht ja mal gar nicht kommen der dylan tlp hat den geilen skin den epischen ich weiß nicht doch doch dann hier habe ich dieser schwarze skin der sachen geil aus aber jetzt bot bash wieder okay diesmal auf die marie kämpfer genau achten aber da hier acht rausfliegen ich glaube vorher hatten wir ja da war das letzte gewesen weil sieben gewesen jetzt ist das relativ ist das einfacher denke ich zu überleben fängt der strahl auch noch an elina komm raus mit ihr schade kann man nicht rausstoßen die gegner sieben sie eliminiert ah schon lustig muss man dazu sagen der ketavariot bestimmt wird bestimmt mit mir um platz 1 gehen wir jetzt schon die letzte runde 16,8 und dann oh space race kenn ich auch gar nicht was neues so cool was neues so toll oh mein gott mich darüber komm ich easy sag ich doch ach für mich kein problem alter lemax was geht abler max möchtest doch bitte nicht vor mir sein oder nein auf keinen fall geht mal den weg gehen jetzt haben wir ja zeit dem 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 alles gut juhu bock auf die mitte ha finish ok cool das ist ja witzig wo sind die anderen ach so es gibt noch ein ah ich muss ja rein gott ich dachte es sind mehr aber huu ein glück gut dass ich nicht auf den anderen gewartet habe das wäre echt dumm gewesen dem 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 ja natürlich wie immer gewonnen kennt man ja 3000 xp 30 pokale 35 sternchen wofür kriege ich die pokale wahrscheinlich werde ich gerankt mit den anderen die gleiche pokale haben dann ist kaum also ich muss ein spaß was lustig okay auf die bei netz muss immer aufpassen ich gebe nur einen gewinner jetzt ja das fußball ich will lustig 16 16 das ist lustig das ging aus folge ist auch noch einige plattformen sind kaputt und im prinzip wie bei squid game ab ihr schmarotzer schmarotzer ja mir der mich ein schmarotzer direkt raus dem dem sogar dafür gibt es ja okay cool wir brauchen level 3 dafür ach das war ja ärgerlich ach ich sollte ich sollte aufhören das ist langweilig ich will nein ich will ich will gewinnen ich mache alles um zu gewinnen schmarotzer spin go round hab ich auch noch nicht gehabt der roter am letzten backt ein bisschen rum ohja die backen total rum ohja die backen total rum hui dim 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 hehehehe ach da muss ich lang bei vielen ist schwierig super schwierig gott ich darf bei den vier noch nicht lang bin ich doof oder so auf keinen fall da lang oh gott ich bin so dumm hab ich echt zwei mal eine runde verloren ja krass was was war das hä warum bin ich umgefallen da lag eine banane oder was da lag eine banane auf dem weg komisch wo kam die wohl her gibt's skins die bananen schießen können wenn du sie berührst das wäre richtig disgusting ich sie heiz und doch das hat man auch schon einmal es war einer der ersten ungewesen ich gespielt habe tatsächlich komisch wie wiii zack Tio Bahase Let's go Adamek, los geht's Los geht's Adamek Und rein in Ziel Ui Oh, der ist reingeslidet Hey, die haben doch Booster an Ist doch Booster gewesen, hab ich's gesehen Einfach gespeedet Over and under Das kann ich auch noch nicht Hoch und runter Na, das wird schwierig Tumtumtumtumtumtum Tumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtum tumtumtumtum Ui Huch, was war knapp okay ist dafür bescheuert soll das zeitlich funktionieren muss so machen mann ihr fetten schweine verpisst euch da ärgerlich leute nächsten runden nicht nicht alle gewonnen doch einmal die anderen leider ziemlich oft rausgeflogen und cool wir sind sechs oder bis dahin tschau